Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia. Halleluja! Wir sagen zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Das ist unser Ziel. Ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch freimachen, sagt das Wort. Halleluja! Herr, danke für dein Wort, danke für diesen Moment. Und ich danke allen Menschen, allen Menschen, die das Wort hören und annehmen werden. Ich bete für sie alle, ich bete, dass du sie alle segnest und uns alle, Herr. Im Namen Joshua Maschia. Amen. Halleluja! So, das Thema heute. Ich wollte was also mit euch also teilen und uns alle ermutigen. Halleluja! Es ist also gekommen, als ich Kolosserbrief gelesen hatte und Galaterbrief auch gelesen hatte. Und warum bin ich also wieder zurück in diese Briefe gegangen, zurückgegangen, das zu lesen, weil ich also ein Gespräch mit jemandem hatte und ja, hat mich also irgendwie zum Denken gebracht. Und das ist ungefähr, das ist genau so, genau was wir ja hier in dieser Sendung tun. Also, dass wir versuchen immer, die Leute zu sagen, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Halleluja! 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 Weil also in dem Gespräch, also, hatte ich also nochmal, also schon wieder gesehen, also, dass die Person unbedingt ein bestimmtes Muster von irgendwelchen Konfessionen behalten wollte. Und deswegen habe ich das also hier gebracht. Herr! Und liebe Geschwister, es ist kein Zufall, dass die heutige Gemeinde so gespaltet ist, dass die Christen, die angeblichen, die Leute, die Joshua Maschia folgen, so gespaltet sind. Weil, ja, jeder versucht also zu tun, also, was er verstanden hat oder was seine Konfessionen also sagt, also, was die Traditionen überhaupt, also, von seiner Gruppengehörigkeit, also, einfach tun. Also, jeder versucht das also zu reproduzieren. Aber, man muss sich also unbedingt, also, die Fragen stellen, ob die Dinge, ob was man überhaupt tut, mit dem Wort des Herrn überhand stimmen. Weil, ähm, Joshua hatte das, äh, da gab's, ähm, Joshua hatte schon, also, die Pharisäer in, ähm, in, ähm, ich nehme mal, also, die Seite, also, bevor, also, nochmal, also, kurze Info, äh, ja, kurze Info. Die BIM auf, ähm, die Bibel von Joshua Maschia ist schon, also, vorhanden, also, auf der Internetseite von Zurück zum Wort. Und auch, die, von der französischen Seite, Bibel von, Bibel Joshua Maschia auf Französisch. Da gibt's also eine Seite hier, ähm, man kann schon, also, die Bücher auswählen, hm, von, äh, Genesis bis, äh, bis Ende. Also, hier auf der rechten Seite habe ich Französisch und da, ähm, die deutsche Version, äh, von der BIM, Bibel Joshua Maschia. Halleluja. Und, äh, und da kann man schon, also, ganz schön vergleichen, also, die Strang sind da auch dabei. Also, ähm, wirklich, äh, schöne Arbeit. Und, äh, wir danken Joshua Maschia dafür. Und ihr könnt, äh, weiter für, für das Team, also, bieten, dass, ähm, alles, also, man kann das schon, das hier lesen, aber bieten, also, weiter, dass das Team, ähm, weiter arbeitet, dass der Herr, ähm, die Gruppe noch weiter segnet. Halleluja. Und, äh, nur noch zur Info, ähm, auf der Internetseite von Zurück zum Wort gibt's auch noch ein Treffen, Christisches Erweckungstreffen in Hamburg. Das ist also am Samstag, 9. Dezember ab 11 Uhr. Ähm, Adresse, äh, schon da, und, ähm, wer gerne teilnehmen will, ist, äh, willkommen. Halleluja. Wir wollen, also, die Zeit zusammen, also, verbringen, Joshua Maschia zusammen, loben und preisen, im Wort, also, ins Wort gehen, und, äh, jeder ist, also, einfach, äh, frei zu kommen, oder auch mit Fragen, ähm, Joshua Maschia wird uns einfach führen. Wir lassen uns einfach leiten, wie immer. Halleluja. Danke. So, gut, also, ich gehe jetzt also in die BIM. Zurück zum Thema. Das war so kurz, äh, ein paar kurze Informationen. Zurück zum Thema, nehme ich, also, die Bibel in Matthäus Kapitel, Matthäus, genau, Matthäus wollte ich lesen, Matthäus Kapitel 15. Halleluja. Und hier steht es schon, ich mache das jetzt so größer, Amen. In Matthäus Kapitel 15, ab Vers 1. Ich lese, da steht schon, also, Titel, Joshua verurteilt die Traditionen. Vers 1 steht, daraufhin kommen Schriftgelehrte und Pharisäer von Jerusalem, also Jerusalem, zu Joshua und sagen, warum übertreten deine Jünger die Traditionen der Ältesten, denn sie waschen sich ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, und ihr, warum übertretet ihr Elohims Gebot aufgrund eurer Tradition? Joshua hatte die Frage zurückgestellt, ja, aber, Leute, wieso übertritt ihr also das Wort des Herrn aufgrund eurer Tradition? Und dann gibt es also Joshua so ein Beispiel, und hier steht, denn Elohim hat befohlen und gesagt, Ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll durch Tod umkommen. Liebe Geschwister, guckt mal also, was die Pharisäer in ihrer Tradition angeführt hatten. Ihr sagt aber, jeder, der zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Gabe soll das sein, mit dem ich dich eigentlich unterstützt hätte. Und er muss seinen Vater oder seine Mutter nicht ehren. So habt ihr Elohims Gebot ungültig gemacht, durch eure Traditionen. Joshua hat also gesagt, hey, Leute, ihr wollt also unbedingt, dass diese Jünger die Traditionen der Ältesten tun, aber das Wort des Herrn, habt ihr das also komplett geändert. Also ihr legt also so viel Wert auf eure Traditionen, Dinge, die nicht mit dem Herrn zu tun haben, Dinge, die nicht mit dem Wort zu tun haben, und ihr ersetzt das Wort durch eure Traditionen. Ihr legt also so viel Wert auf Dinge, die einfach nicht mit dem Wort zu tun haben. Kein Wunder, dass wir also so viele verschiedene christliche Konfessionen und Gruppen, die sich also gegenseitig bekämpfen und so, also aufgrund ihrer Traditionen, aufgrund ihrer verschiedenen Sichtweise, weil es die ganze Sichtweise ersetzen, das Wort des Herrn, bringen einfach Dinge, die nicht so wichtig sind, und die spalten viele Christen. Also als ich Kolosser, also in Kolosserbrief, wenn man das liest, oder Galaterbrief, man sieht schon, also da gibt es einen kleinen Unterschied, dass in Kolosserbrief versucht also Paulus die Leute zu warnen, wegen, wegen also falscher Lehre, falscher Lehre, die, oder falscher, oder diese ganze Diskussion, also die, weil dort die Gemeinde wurde also von irgendwelchen Philosophen, Leute, die, die Großdenker, die, die, diese, ähm, Noxismus, oder Noxismus, genau, die, die, solche Leute waren da und hatten also viele, äh, Christen, also die, 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 die Jünger irgendwie durcheinander gebracht. Und in Kolosserbrief, also sieht man also, dass, das dort ist ein bisschen anders, weil es irgendwelche Pharisäer, die da waren, die wollten trotzdem, also, dass die Christen sich also immer noch auf die Dora, das alte Gesetz, also das Gesetz, also behuhen. Zurück, also die wollten sich also zurückbringen. Oh, du, äh, Beschneidung, oh, solche Sachen, aber, äh, der Herr hatte das also schon, er sagte, die Beschneidung ist die Beschneidung, also des, des Herzen. Die wahre Juden, die wahren, also, das Herz musste also beschnitten werden, aber nein, diese Pharisäer, diese Leute wollten sich also zurück in den alten Bund bringen. Zwei verschiedene Arten, zwei verschiedene, ähm, Verführungen. Und, wenn man nicht aufpasst, dann werden diese, diese Sichtweise, die Leute verführen und, und, und diese Sichtweise einfach das Wort des Herrn ersetzen. Die Traditionen der Menschen. Und deswegen sagte Joshua hier, oh, Halleluja. Joshua sagte hier in, ähm, äh, er sagt also, Vers 7, Heuchler, Treffen hat Jesaja über euch prophezeit, indem er spricht. Dieses Volk nährt sich mir mit dem Mund und verehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber, also Vers 9, vergeblich aber, verehren sie mich, indem sie als leeren Gebote von Menschen lehren. Wow! Leere Gebote von Menschen lehren. Das ist also, was sie lehren. Traditionen von Menschen. Oh, man darfst nicht das tun, man ist das so, man macht das nicht. Aber, haben sie das also mit dem Wort zu tun? Da gibt es Leute, die, die träumen, ah, ich habe also einen Traum gehabt, der Herr hat gesagt, ab heute müssen wir uns also so kleiden. Ab heute müssen wir also das und das und das tun. Liebe Geschwister, da gibt es so viele Traditionen, die die Menschen einfach verführen, die die Menschen in einer solchen Gefangenschaft behalten, statt die Freiheit, Joshua, Maschia zu folgen, also Joshua, Maschia zu verkündigen, die legen so viel Wert auf ihre Traditionen. Paulus sagt sogar in, in Kolosser Kapitel, Kapitel 2, oh, Halleluja, oh, Herr, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist, lesen wir mal, ähm, Kolosser Kapitel 1, ne, Kapitel 1, ganz am Ende, ich glaube, das ist also, äh, letzte Vers, oder, äh, vor, ja genau, vor, letzte Vers, also, 28, da steht, ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lernen, damit wir jeden Mensch vollkommen in Maschia präsentieren. Halleluja. Die Bibel sagt hier, dass, dass sie Joshua verkünden hatten. Nur Joshua, Maschia. Aber die Menschen also wollen, also, aber diese christischen Konfessionen, Denominationen, wollen also ihre eigenen Traditionen einfach, äh, einfach lernen. Kein Wunder, dass Joshua so zu den Pharisäern gesagt hatte, warum legt ihr so viel Wert auf eure Traditionen? Ihr ersetzt sogar das Wort des Herrn durch eure Traditionen. Und, und, liebe Geschwister, diese Traditionen, die werden einfach, die, 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 die behalten die Menschen in einer bestimmten, äh, Gefangenschaft. Ich kenne sogar bestimmte Gemeinden, wo, äh, wenn, wenn, äh, bevor jemand, also, äh, evangelisiert, bevor jemand, also, irgendwie die Leute das Wort weitergibt, müssen sie unbedingt laut ihre Tradition oder ihre Regeln, also, irgendwie, ähm, ihre Pastor fragen. Der Pastor muss erstmal zustimmen, bevor diese Person eine Evangelisation, also, führt. Bevor diese Person das Wort weitergibt. Das ist doch verrückt. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist die Freiheit? Wenn, 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 wenn der, die Bibel sagt, ganz klar, wer vom Geist geboren ist, ist wie der Wind. Der Wind, also, bringt ihm, wo, also, der Geist bringt ihm, also, wohin er will. Aber nicht, der, der Pastor muss also erstmal zustimmen. Ja, aber das ist der Wahnsinn. Und genau diese Dinge behalten viele Menschen in einer solchen Gefangenschaft. Wie zum Beispiel, ja, die, die, die haben so viele Traditionen reingebracht. So viele Traditionen. Ja, Sonntag, Sonntag ist der Tag des Herrn. Sonntag ist der Tag des Herrn. Also, deswegen, am Sonntag sieht man, also, die Leute, die Leute am Sonntag sind wie, wie sagt man das, also, die, 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 die kleiden sich, also, immer so schick, schick angezogen. Die bringen ihre Sonntag, man nennt das sogar Sonntagskleidungen. Wo steht das? Wo steht das in der Bibel? Wo steht das? Die Junge, also, die, 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 die ersten Christen hatten sich sogar jeden Tag getroffen. Die hatten keinen bestimmten Tag, sich zu treffen. Es gibt sogar eine sogenannte, eine Gemeinde heutzutage, die nennen sich, also, die, 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 der siebte Tag oder Gemeinde, keine Ahnung. Für sie ist, also, der siebte Tag, die treffen sich, also, nur am Sabbat oder am siebten Tag, äh, was ist das? Und die, die das, also, nicht tun, werden, also, irgendwie, als, ja, nicht korrekt gesehen. Gefangen. Sklaverei. Und es kann doch nicht wahr sein, also, dass, äh, man, man soll einfach das, man soll Joshua, Maschia predigen. Das ist doch, was Paulus sagte. Wir predigen Joshua, wir verkünden Joshua. Joshua, das ist das Evangelium. Joshua, der für uns, er ist für uns auf diese Erde gekommen, gestorben für unsere Sünde, auferstanden für unsere, für, 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 für unsere, äh, Befreiung. Alleluia. Nur durch Joshua, Maschia werden wir befreit. Deswegen sagen wir, zurück zum Wort, zurück zu Joshua, Maschia. Weil da, dort können wir, also, so eine feste Beziehung mit dem Herrn haben. Alleluia. Ja, Sonntag. Sonntag ist der Tag des Herrn. Und, und, so ein Heuschelei, meine Güte. Man ist, also, von Montag bis Samstag ist man, also, so, äh, keine Ahnung, äh, lebt man, wie man will. Und, dann am Sonntag ist man, also, so, fromm, nett zu allen Menschen. Man tut alles und, und man kleidet sich, also, so schick, kommt man, also, in diese Gebäude, die man, also, als Kirche nennt. Oder das Haus des Herrn, nennen sie das. Und, dort laufen sie, so, fromm, fröhlich, lächeln zu allen. Die sind, so, äh, nett. Aber, von Montag bis Samstag hat man nichts mit Joshua zu tun. Ja, Sonntag, Sonntag zum Beispiel, ja, äh, Sonntag, das ist, das ist der Tag des Herrn. Und, 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 die, 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 noch, noch eine Tradition. Diese, die, die Priester, die Pfarrer oder die Pastoren, die werden also als Priester vorgegeben. Also, die sind, also, irgendwie zentrale Punkte, also, von, die, von Gemeinde. Nichts geht durch den Pastor oder, oder den Priester oder den Pfarrer oder den Bischof. Nichts, gar nicht. Die sind, also, irgendwie die Säule, die Zwischenmenschen geworden. Obwohl Joshua Maschia, der hohe Priester ist. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Nur durch Joshua Maschia haben wir ewiges Leben. Aber nein, diese Priester, diese Pfarrer, diese Pastoren, diese Bischöpfe, die stellen sich also als Zwischenmensch, Zwischen Gott und die Menschen. Die bringen die Leute zurück zum alten Bund. Genau, was Joshua Maschia durch sein Tod am Kreuz zerstört hatte. Und die holen, die bringen die Leute zurück zu diesen Traditionen. Und das Schlimmste noch, haben sie so ein Priestergewand. Priestergewand, die tragen also irgendwelche Priestergewand, genauso wie im alten Bund. Für die Pastoren sind das so irgendwie Krawatte und, keine Ahnung, also, die Bischöfe, die tragen irgendwas, keine Ahnung, so ein riesiges Gewand, die Priester, die haben auch so ein Priestergewand und die finden das also so heilig. Oh, wenn man also in der Nähe von solchen Leuten, oh, man kommt, also, da fühlt man sich also so heilig. Und sie selber sind so fromm und so. Aber Joshua sagte, diese Leute, diese Leute, die ehren mich, also, mit ihrem Munde, aber ihre Herzen sind weit entfernt von mir. Joshua schaut das Herz und die Bibel sagt uns ganz klar, dass alle Christen, alle, die Joshua als Herr angenommen haben, sind Priester geworden. Alleluja! Alleluja! Aber nein, durch ihre Tradition da, wollen sie die Menschen, die Leute immer noch zurückbringen. Zu dieser Gefangenschaft. Wie, und wenn man das also versucht zu sagen, naja, nein, nein, du bist zu, du bist zu wortwörtlich, also, du bist zu biblisch. Nein, aber was ist unser Grundstein? Was, was ist unser, was sollen wir also als Basis nehmen? Das ist doch das Wort des Herrn. Das ist doch die Bibel. Und schau mal, diese riesigen Bauwerke da, die sie als, 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 als geistliche Gebäude, äh, äh, nennen. Die Kirche. Die unserer Gemeinde. Hä? Was ist das? Traditionen von Menschen. Menschen haben also irgendwelche, die, äh, die, die, die haben ihre eigene Regel, eigene, ihre eigene Gebäude, und jeder nennt das sogar, der Pastor, der Priester, der das, oder der Pfarrer, der das gebaut hat, also mit seinem Geld, oder sagt, nennt das, das ist meine Kirche, das ist meine Gemeinde, aber Joshua kommt und will seine Gemeinde holen, seine Menschen, seine Leute, nicht diese riesigen Gebäude. Traditionen, na Traditionen, äh, bald ist Dezember, wir werden also diesen Weihnachtstag aussehen, Weihnachtstag als Datum von, äh, also, das ist Geburtstag von, von, von Joshua Maschia. Welcher Geburtstag von Joshua Maschia? Wer sagt also, dass er im, äh, 25. Dezember geboren ist? Hä? Wo steht das? Wo steht das? Es ist nirgendwo geschrieben. Und dann gibt es also Christen, äh, äh, sogenannte Christen, haben ihre Tannenbaum, singen sogar Tannenbaum, ohne Tannenbaum, ohne zu wissen, dass sie gerade Götzendienst machen. Götzendienst! Singen Lieder, Lopras Lieder zu einem Baum und nehmen, äh, Dezember, 25. Dezember als Geburtstag von Joshua Maschia und feiern seinen Geburtstag, obwohl Joshua Maschia gesagt hat, erinnert euch an meinen Tod. Nicht sein Geburtstag. Traditionen von Menschen und da drin werden die Leute so gefangen und das Schlimmste noch, die denken. Viele denken, weil sie das tun, dienen sie dem Herrn. Und wenn man das also sagt, dann wird man also als, äh, schlecht, da wird man also so ein, oh, du bist zu biblisch. Was soll man denn tun? Was soll man denn tun? Die haben so viele, so viele Traditionen gebracht, dieser sogenannte Katechismus zum Beispiel. Oh, ja, man muss also diesen Katechismus tun, bis man, also gewisse Lehre, ähm, über die Bibel, über Joshua, bevor man irgendwie getauft wird. Aber in der Bibel steht ganz klar, dass die Leute das Wort, die Leute, die getauft wurden, hatten, das also genau an dem Tag, die wurden genau an dem Tag getauft, also wo sie das Wort des Herrn angenommen hatten. Wie kann es sein, also dass jemand das Wort, er hat Joshua in seinem Herz angenommen, er sagt, Joshua, Maschia, ich will dir folgen, und dann sagt, ich will mich taufen lassen, man sagt, oh, nein, 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 stopp, 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 bevor du, ähm, ne, ne, du musst erst mal Katechismus gehen, oder, oder diese Kurse, äh, Alpha-Kurse, bla, 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 so viele Kurse machen, bis man zur Taufe kommt. Ähm, Traditionen von Menschen, ja, Zeitverschwendung, jemand, die, in der Bibel steht ganz klar, die haben, Joshua, Maschia, die haben das Wort gehört, Petrus, also in Apostelgeschichte, Kapitel 2, hat er so lange, hat er gepredigt, und die Leute hatten gesagt, was sollen wir denn tun? Dann sagt er, lasst euch taufen, im Namen Joshua, Maschia. Und das haben sie getan, genau an dem Tag. Ach, unsere Gemeinde, wir sind so weit, weit weg von was, was unser Herr von uns verlangt. tiefere Busse brauchen wir. So viel. Und da gibt es also, es gibt so viele Traditionen, diese, diese Gruppe da, Chor, Lobpreisgruppe, die, also, heutzutage sind sie sowas wie Stars, oh, meine Güte. Stars, schau mal also, wie sie sich also kleiden. Die Gemeinde braucht also diese Stars da, um in diese, in die Gegenwart, also des Herrn, zu kommen. Das sind also irgendwie Experten, die bringen die Leute ins Gegenwart, also des Herrn. Hä? Jeder, der eine Beziehung mit dem Herrn hat, ist in der Gegenwart des Herrn. Halleluja. Wie die Gemeinde gebaut, wie die Leute, also, es ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. Tausende Leute in einer Gemeinde, tausende Leute in einem Gebäude, die sich nicht mal kennen, und das Wort, und die, die kommen alle, um diese, es ist wie ein Spektakel, wie, 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 wie ein Spektakel, oder, keine Ahnung, die kommen, und wollen was, ja, die sind Zuschauer. Weil heute gibt es also etwas Spezielles. Wir haben also unsere Lobpreis, äh, Lobpreisgruppe, und diese Stars, die haben also irgendwelche speziellen, super Lieder, Album, keine Ahnung, und werden das also singen, alle sind da, wie, wie Zuschauer. Oh, 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 und dann kommt also der Höhepunkt, der Höhepunkt, der Pastor. Der Pastor kommt, oder der Priester kommt also mit seiner Rede, der Höhepunkt, alle Zuschauer. Und dann am Ende, wenn man fragt, ja, äh, worüber ging es überhaupt heute? Äh, weiß ich nicht. Alle so schick, schön angezogen. Herr, wir brauchen Hilfe. Befreie deine Gemeinde. Befreie deine Gemeinde, Joshua Maschir. Ja, und deswegen hat der Paulus gesagt, wer hat euch überhaupt verzaubert, verhext? Wer? Ihr seid gut gegangen? Und jetzt wollt ihr also irgendwie zurück? So was ihr also schon also irgendwie gelassen hatten? Hm? Lesen wir das. Schon, schon in der ersten, in der ersten Gemeinde, hatte Paulus also damit zu kämpfen. Ganz am Anfang. Er hatte damit zu kämpfen. In Galater Kapitel 1. Galater Kapitel 1, ab Vers 6. Halleluja. Ich bin erstaunt, sagte er. Galater Kapitel 1, Vers 6. Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem, von dem abwendet, der euch mit der Gnade Maschir für ein anderes Evangelium berufen hat. Ja, die sind da so mit was anderes gekommen. Die haben also ein anderes Evangelium gebracht. Das Wort des Herrn durch ihre Traditionen ersetzt. Und viele von uns haben das immer wieder, immer wieder getan und hatten das also, nehmen das also als Wahrheit. Als Wahrheit. Vers 7. Nicht, dass es ein anderes gäbe, aber es gibt gewisse Leute, die euch erschüttern und und Maschias Evangelium verdrehen wollen. Meine Güte. Halleluja. Halleluja. Könnt ihr euch vorstellen? Er spricht also, die verdrehen das Wort, verdrehen das Evangelium. Das Evangelium ist doch die gute Botschaft, die freue Botschaft. Aber durch ihre, durch ihre, ähm, äh, ihr neues Evangelium, da die verdrehen das und statt die Leute zu befreien, die Leute fallen in ihre Verführungen und werden trotzdem, werden einfach, wie sagt man das, also werden einfach in Gefangenschaft genommen. Und, und die Bibel sagt hier, Vers 8, doch selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigt, als das, was wir euch gepredigt haben, sei der verflucht. Wow. Wow. das ist kein Spiel. Das ist kein Spiel. Und kein Wunder, dass wir die Gemeinden, ich frage mich immer her, was ist passiert? Wieso ist die Gemeinde, die christliche Gemeinde so, so heute, heute geworden? Dämonen werden nicht mehr ausgetrieben? die, die, die gibt keine richtigen Befreiungen? Die, die, also, diese Treffen sind also so automatisch, man weiß also, wie es angefangen, wie es anfängt, wie es, wie es endet. Immer das gleiche Schema. Man kommt rein, 10, 10 oder 15 Minuten, so, da kommt also irgendein Typ und der macht also, man nennt ihn mal so den Moderator, er spricht, bla bla bla, und die Leute sind wirklich also wie Zuschauer. Wo ist der Geist des Herrn? Danach singt man also so viele Lieder, also am Anfang gibt es also irgendwie, irgendwelche Lieder, die Leute werden also angefeuert, bu 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 bu, und dann kommt also irgendein Moment, oh, jetzt, oh, wollen wir jetzt also den Herrn loben. Ja, dann kommen also Lieder, die langsam singen, wo die Leute, ja, oh, Herr, was ist das? Immer wieder das gleiche Schema. Dann werden die Leute angefeuert, ja, bald kommt also der Priester, der Pastor, vor allem also in der afrikanischen Gemeinde, das ist noch schlimmer. Und die Deutschen, die sind so, ah, ja, ja, alles so ruhig, ah, und das Gefühl, okay, was ist da los, hat man also irgendwelche Personen hier verloren, hm, sind wir also im Friedhof oder was? was ist los mit der heutigen Gemeinde? Wo ist dieses Feuer? Wo ist einfach diese Erwartungen, wenn die Menschen, wenn die Leute sich versammeln, bringen etwas? Die Bibel sagt also, die Versammlung, die Leute versammeln sich am Ende, gilt es damit, dass sie alle auferbaut werden. Halleluja! Weil Joshua Mashiach wird verkündet. Joshua Mashiach baut auf. Ach, Herr, bitte hilf uns. Bitte hilf uns. Nein, also, vielleicht denken die Leute, ja, der Typ da, der Bruder da, erzählt Dinge, Schauen wir mal also in Markus, Markus Kapitel 16, genau, da steht also, was Joshua sagte, und, also, Markus Kapitel 16, Vers 16, und er sprach zu ihnen, geh in die ganze Welt und predig das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und diese Zeichen, liebe Geschwister, es werden, es gibt also Zeichen, diese Zeichen werden denen, die glauben, unmittelbar folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, wo ist das? Sie werden in Neusprachen reden, viele Leute sind also dagegen, es gibt Gemeinden, wenn du so, wenn der Geist kommt und fängt an, also in Zungen zu reden, boah, was ist das, das ist nicht biblisch, das ist, sprachreden, das war damals, nee, heutzutage gibt es sowas nicht mehr, hä? Hm, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödisches trinken, so wird es ihnen nicht schaden, sie werden kraftlosen die Hände auflegen und diesen wird es gut gehen. Was ist, was ist überhaupt passiert mit der Gemeinde, mit der christlichen Gemeinde? Einfach, weil es zu viele Traditionen gibt, die Traditionen haben das Wort des Herrn einfach ersetzt. Dann gibt es noch viele, die, die, die predigen das Wort, ich habe letzten, nee, das Geld, predigen das Geld. Die nennen sich also die Stars, die Champions, Vollstands-Prediger, legen so viel Wert auf Reichtum auf dieser Erde. Ja, weil Joshua, Maschia, der Herr ist, dann müssen wir auch reich sein, also auf dieser Erde, bla, 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 bla. Aber die, die nicht-Christen, die, die Leute, die nicht mal an Joshua glauben, die sind reicher, reicher, als viele sogenannte Christen. Die haben so viele Traditionen reingebracht. Oh, du musst also dein Zehntel geben, wenn du dein Zehntel gibst, zehn Prozent, also von deinem Einkommen, dann wirst du, wirst du, also gesegnet. Aha. Jemand, der nicht mal an Joshua glaubt, jemand, der nicht, also nach dem Wort geht, jemand, der in der Sünde lebt, wichtig ist also, dass er die Zehnte bezahlt und dann ist alles in Ordnung? Ist das, was das Wort sagt? Zehnte ist also alte Bohnen. Die zehn Prozent, zehn Prozent ist alte Bohnen. Aber für die Gemeinde heute, die Bibel sagt ganz klar, gibt, wir geben das in unser Herzen, was wir in unser Herzen vorgeplant haben, nicht also zehn Prozent. Wir können da auch nicht also nicht nur zehn Prozent geben, weil, wie gehören Joshua Maschia, hundert Prozent. Alles, was wir haben, gehört in. Wir geben unser Leben. Warum sollst du bloß also zehn Prozent geben? Was ist das? Gib einfach, wie du in deinem Herz vorgenommen hast. Halleluja! Joshua Maschia, unser 2. Korinther Kapitel 9, Vers 2. Korinther Kapitel 9, in Vers 7, warte mal, genau, Vers 6. Ich aber sage euch dies, wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten, und wer mit Segen sät, der wird auch mit Segen ernten. Die Bibel sagt hier im Vers 7, jeder, wie er es in seinem Herzen beschlossen hat, nicht schmerzhaft und nicht zwanghaft, denn Elohim liebt einen fröhlichen Geber. Halleluja! Warum zehn Prozent? Das ist alter Bund, meine Güte, aber das ist nicht die Lehre von heute. Gebt einfach, wie du das in deinem Herz beschlossen hast, nicht schmerzhaft und ohne Zwang. Oh, Herr, aber die Traditionen da, diese Wohlstand Prediger sind da und predigen Geld, ihre Jet, ihre Privatjet, ihre Häuser, ihre schöne Gebäude, schöne Schuhe und so. Und da gibt es auch viele Christen, viele sogenannte Christen, die denken, okay, die nehmen solche Leute als Vorbilder und glauben, okay, so wird es auch bei mir funktionieren. Nein, nein, natürlich gibt es also Segen, der Herr segnet uns, der kann uns also in alle möglichen Sachen segnen, aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist Joshua Mashiach. Joshua sollen wir verkünden, Halleluja, Halleluja. Und ich möchte uns also alle hier ermutigen, zurück zu Joshua Mashiach zu kommen, in diese einfache, ganz einfache Beziehung, persönliche Beziehung mit dem Herrn. nicht, dass wir das Wort durch die Brille von irgendwelchen Konfessionen lesen. Oh, katholisch, evangelisch oder protestant oder keine Ahnung. Nein, das Wort nehmen Joshua Mashiach als zentrale Person, zentrale, er ist die Wahrheit und nicht unsere Gruppen oder Vereine oder keine Ahnung, nein, lassen wir Joshua Mashiach verkünden, nicht die Gruppen, nicht die Konfessionen, nicht die Organisation oder sowas, Nein, nicht die Vereine, nein, Joshua, weil er der Herr ist, er ist unser Herr, er ist unser Elohim, unser Gott, er ist am Kreuz für uns gestorben, nicht dein Pastor, nicht dein Bischof oder dein Pfarr, Joshua ist am Kreuz gestorben, warum versuchst du trotzdem immer noch bestimmte Menschen, bestimmte Leute unbedingt zu verteidigen, Jeho Shua Mashiach Sostu sollen wir verkünden, er allein, er allein, nicht unsere Gemeinde, nicht unsere Gruppe, wenn wir unsere Gruppe durchschauen, werden wir immer irgendwelche Sachen finden, die nicht mit dem Herrn passen, aber Joshua muss und soll die zentrale Person da sein, damit wir alle durch ihn verendet werden, nicht dass wir unter unsere Traditionen klammern, bei uns ist so, bei uns in unserer Gemeinde ist so, bei uns in unserer Kirche ist so, bei uns, aber wie ist das bei Joshua Maschia, zurück zu Joshua, zurück zu Jesus, unser Herr und unser Elohim, Alleluja, und wenn wir das tun, werden wir Erweckung in Deutschland erleben, Erweckung in ganz Europa erleben, Erweckung in dieser Welt erleben, wir werden uns alle für alle wir werden uns also alle für Joshua Maschia vorbereiten, weil er er kommt, weil er zurückkommt und er kommt für seine Gemeinde, für seine Leute, Alleluja, Herr, Herr, komm, komm für deine Gemeinde, bitte Herr, Ich bitte Joshua Maschia, dass du uns verendet, Herr, dass wir nur auf dich schauen, Joshua Maschia, dass wir dir nur folgen, Joshua Maschia, dass wir nur in deinem Wort bleiben, Joshua Maschia, öffnet uns die Augen, Herr, dass wir nur dir folgen, Herr. Herr, du allein bis unser Elohim. Danke Joshua Maschia. In Namen Joshua Maschia. Amen.